Hallo Roman, hallo Heiko, hallo Loki Fans. Ja ihr habt es ja auf eurer großen Box, die Zwillingbox, Hashtag Zwilling. Ihr habt es ja herausgefolgt, dass die Fans von euch die Karaoke Person nutzen können, um ein eigenes Musikvideo zu machen als Karaoke Person. Wir haben uns beigemacht und wir haben uns auch schon von Lied entschieden, und zwar für dieses hier. Allein bin ich stark, doch und sterb nicht mit dir. Wann wenn ich jetzt und wer wenn ich wir? Die Schwerkraft verlieren und die Sterne gerühren. Wann wenn ich jetzt und wer wenn ich wir? Jeder weiß schon, wenn wir reinkommen, spielt der DJ gleich diesen Nein-Song. Unser Schweiß trofft, Polizei klopft, feier mit und vergiss mal kurz deinen Job. Ja genau, dieses Lied wird unser Karaoke Lied werden. Unser Lied, was wir von euch nehmen, die Musik, die wir nehmen, unseren eigenen Text dazu machen und dann bei euch natürlich posten, damit ihr es habt, weil ihr wolltet euch so einen Moment haben. Also seid gespannt. Die ersten Arbeiten sind in den Gang geleitet. Das heißt, ich höre mir gerade die Musik an. Schreibt dazu in den Video einen Text und am Wochenende ist getan, ein Video davon zu drehen, ob nun bald wieder kommt. Also denn, bis dann, euer Marco Lorenz, seid gespannt. Auf euer Lied. Einen Tag. Uhm啊. Ok. Also, wir sehen uns bei den nächsten Mal. Ja genau, ich weiß auch nicht.